Ja, heute werden wir hier diese richtig coole Animation machen. Also ihr könnt hier einen Text animieren, sodass es aussieht, als ob ein Wassertropfen hineinfällt. Ja, und das ist doch eine ziemlich, ziemlich coole Animation. Und bevor ich lange rumlabere, fangen wir doch einfach mal an. Ja, wir brauchen als allererstes mal eine neue Komposition. Das Ganze nenne ich jetzt hier Nullrender. Also das ist meine Hauptkomposition, die ich dann am Ende wegrendere. Auflösung hier HD 1920x1080, Framerate 29,97 und hier eine Laufzeit von 10 Sekunden, Hintergrundfarbe schwarz. Und das Ganze bestätige ich mit OK. Ja, und dann brauchen wir eine weitere Komposition. Dazu klicke ich hier einfach ins leere rechte Maustaste, neue Komposition. Diese Komposition nenne ich jetzt Text. Und die ändert sich insofern, dass wir hier die Höhe ein wenig verändern. Und da geben wir jetzt mal eine Höhe von 150 ein und bestätigen das mit OK. OK. In diese Textkomposition setzen wir jetzt auch unseren Text. Wir schnappen uns hier oben das Textwerkzeug und schreiben unseren Text. Ich habe mich da schon mal vorbereitet. Wählt so einen mittelfetten Text wie diesen hier, der so schön sich auf die gesamte Breite zieht und positioniert ihn im oberen Teil schön in der Mitte. Ja, sucht euch da einfach eine Schriftart aus, die euch gefällt. Wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch diese Textebene, drückt STRG bzw. CMD und D. Ihr dupliziert das Ganze und setzt es dann nach unten. Ich verschiebe es jetzt hier mal mit den Pfeiltasten, mit nicht zu viel Abstand. Dann schnappt ihr euch nochmal beide Ebenen und setzt das Ganze wirklich schön in die Mitte, also horizontal vor allem. Und ja, so soll das Ganze taugen. Wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch die untere Textebene, also die da, und schaltet einfach um von Textfarbe weiß auf Outline weiß, sodass wirklich die Outline nur noch weiß ist und senkt hier einfach die Strichstärke auf zwei Pixel. Ja, und dann hätten wir unseren Text auch schon eingerichtet. So, dann speichere ich mal zwischen und dann gehen wir hier aus unserer Textebene raus. Jetzt brauchen wir eine weitere Komposition. Wir gehen wieder rechts, neue Komposition und das Ganze nennen wir jetzt Motion Tile. Das ist der Name der Funktion, oder des Effektes, den wir gleich drüber ziehen und ändert dann hier die Höhe wieder auf 1080. Wir brauchen also wieder Voll-HD und mit OK bestätigen. Wenn ihr das gemacht habt, dann öffnet ihr euch hier Motion Tile und zieht euch euer Textobjekt, das wir gerade erstellt haben, also den Container da hinein. Geht dann hier in die Effekte und Vorgaben und sucht euch eben jenen Effekt Motion Tile und zieht diesen hier auf eure Textkomposition. Dann ist das Einzige, was wir hier ändern, die Ausgabehöhe. Die geben wir jetzt hier mal, wenn ihr die gleiche Größe habt, mit 750 an, so dass das schön nach oben und unten ausläuft. Ihr könntet, um jetzt hier noch einen etwas anderen Effekt zu erzielen, auch hier die Spiegelränder anschalten. Dann wird das halt alles nochmal gespiegelt. Ich lasse es jetzt, wie gesagt, einfach mal so standardmäßig ohne die Spiegelränder. Ja, dann gehe ich zurück hier in meine Projektübersicht, klicke wieder ins Leere und dann erstellen wir uns noch eine neue Komposition. Die nennen wir jetzt Animation. Animation, Einstellungen bleiben alle so, wie sie sind und bestätigen das Ganze mit OK. Dann erstellen wir uns noch eine neue Komposition und die nennen wir jetzt mal Wellenkarte. Und auch hier lassen wir die Einstellungen alle so, wie sie sind. Innerhalb der Wellenkarte klicken wir dann hier unten in unserer Zeitleiste rechts und erstellen uns eine neue Farbfläche. Hg für Hintergrund, Flächenfarbe hier in dem Fall schwarz. Dann klicken wir nochmal hinein und erstellen uns nochmal eine neue Farbfläche und die nennen wir jetzt Wellen und lassen auch hier die Hintergrundfarbe schwarz. Dann gehen wir in unsere Effekte und Vorgaben und suchen uns hier Radiowellen. Ihr kennt das sicherlich, wenn ihr schon mal Tutorials von mir gesehen habt. Sieht es einfach da drauf und das ist eigentlich ein cooler Effekt. Der macht einfach, dass hier so Wellen erzeugt werden. Die müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen anpassen. Ja, als allererstes ändern wir hier die Konturfarbe mal auf weiß. Die Wellenbewegung werden wir dann hier oben die Frequenz ein wenig verringern. Ich gehe jetzt hier mal auf 0,75. Ich erkläre es euch gleich. Die Frequenz gibt es eigentlich nur an, aller wie viele Sekunden hier eine neue Welle kommt. Wenn ihr also mehr Wellen wollt, dann erhöht ihr das einfach. Dementsprechend umso mehr Wellen kommen. Ich lasse es jetzt hier für dieses Tutorial mal auf 0,75. Die Ausbreitung erhöhen wir auch noch ein bisschen, sodass der Abstand noch ein bisschen größer wird. Ja, und dann hätten wir das schon mal ganz gut eingerichtet. Was wir jetzt noch müssen, ist hier bei der Kontur, bei der Abblendzeit, noch alles auf 0 setzen. Wir wollen nicht, dass die ausgeblendet werden nach außen hin. Und dann erhöhen wir jeweils die Anfangsbreite und die Endbreite auf 100, sodass wir richtig schöne dicke Wellen bekommen. Da wir jetzt hier nicht ganz so scharfe Kanten wollen, sondern das wirklich ein bisschen verwaschen ist, werden wir hier nochmal rechts klicken, erstellen uns eine neue Einstellungsebene. Die nenne ich jetzt mal Weichzeichnung. Und dann geht ihr hier wieder in eure Effekte und Vorgaben und sucht euch den Effekt Feld schnell weichzeichnen. Und zieht den hier auf eure soeben erstellte neue Einstellungsebene. Und wenn ihr das gemacht habt, dann ändert ihr hier einfach mal den Weichzeichnungsradius auf 60. Die Iterationen senken wir ein bisschen ab auf 2. Und achtet bitte darauf, dass das Häckchen bei Kantenpixel-Wiederholen drin ist und dann solltet ihr in etwa dieses Ergebnis erzielt haben. Ja, dann hätten wir unsere Wellenkarte auch schon eingerichtet und können die hier auch mal schließen und sind nun wieder in unserer Komposition Animation. Ihr geht wieder in euer Projekt und zieht euch nun eure Wellenkarte da hinein. Einmal so. Und blendet sie aus, weil die dient ja nur als Muster. Und ich gehe hier mal ein Stück weit vor, dass wir nachher auch was sehen. Ja, wie gesagt, Wellenkarte reinziehen und hier bitte ausblenden. Dann zieht ihr euch noch eure Komposition Motion Tile darüber. Ja, und auf Motion Tile kommt dann noch eine Einstellungsebene. Rechts neu, Einstellungsebene. Und die nennen wir Caustic, denn auch so heißt unser Effekt, den wir gleich benutzen. Dann geht ihr hier in eure Effekte und Vorgaben und sucht diesen Caustic-Effekt und zieht ihn hier auf eure Einstellungsebene. Da ändern wir jetzt ein paar Sachen. Und zwar zum einen stellen wir hier die Wasseroberfläche um auf unsere Wellenkarte, ändern dann hier die Oberflächenfarbe mal auf weiß. Ändern die Wellenhöhe, dass es nicht ganz so hoch ist, also noch ein bisschen höher wird, 0,5, sodass es wirklich noch ein bisschen intensiver wird. Im Gegensatz dazu senken wir die Wellentiefe, also die Wassertiefe hier auf 0 und glätten das Ganze auch noch schön, dass es wirklich smooth aussieht. Und da ziehen wir es einfach aufs Maximum 50 und das soll schon mal ziemlich cool aussehen. Was wir dann auch noch machen, ist hier den Brechungsindex etwas absenken, sodass das Ganze noch ein bisschen mehr auseinander zieht sich das Ganze. Und um jetzt hier noch einen schönen Kontrast reinzugelten, werden wir hier noch die Oberflächentransparenz auch absenken auf 0,1. Also da könnt ihr auch spielen, wenn ihr das natürlich lieber in dem Effekt wollt, ist das in Ordnung. Ich möchte aber einen schönen Kontrast, deswegen hier 0,1 und die Kaustikstärke, die erhöhe ich jetzt hier auch mal, sodass hier wirklich noch ein bisschen mehr Tiefe in die ganze Sache reinkommt. Ach ja, by the way, falls ihr diese Sachen, die ich hier mache, auch wirklich cool findet und so viel Spaß dran habt, wie ich Spaß dran habe, dann wäre es cool, wenn ihr mir vielleicht einen Daumen nach oben da lasst. Das würde mir zeigen, dass euch meine Tutorials gefallen und das würde mich natürlich unfassbar motivieren. Außerdem ist euch dann mein Dank gewiss. Ja, und damit soll mir das Ganze hier schon mal ganz, ganz gut gefallen. Ja, dann schließen wir hier unsere Komposition Animation und ich schließe auch mal die Komposition Motion Teil. Dann gehen wir hier zurück in unser Projekt und ziehen uns unsere komplette Animation einmal in unseren Null-Render. Ja, dann versetzen wir hier unsere Animation in den 3D-Modus. Rechte Maustaste Neu und holen uns gleich mal noch eine Kamera. Hier nehmen wir eine 50mm Kamera, bestätigen das Ganze mit OK und wo eine Kamera im Spiel ist, brauchen wir auch ein Null-Objekt, um sie gescheit steuern zu können. Deswegen Neu, Null-Objekt und das Ganze nenne ich jetzt hier mal Controller-Kamera. Ja, und auch den versetzen wir hier in den 3D-Modus. Und bevor wir jetzt weitermachen, wobei ich mache den nochmal aus, ihr seht, hier ist der Ankerpunkt nicht in der Mitte, den hätte ich aber grundsätzlich immer gerne in der Mitte. Haltet jetzt einfach STRG bzw. COMMAND gedrückt und klickt dann hier zweimal auf das Ausschnittwerkzeug und schon sitzt euer Ankerpunkt schön in der Mitte. Und danach wieder hier vorne auf den Pfeil, also euer Auswahlwerkzeug und dann können wir auch schon weitermachen. Jetzt versetze ich den Controller auch in den 3D-Space. Ja, dann verknüpft ihr noch die Kamera in der Zeile-Kamera, einfach hier die kleine Angel schnappen und einmal oben auf den Controller ziehen. Dann könnt ihr den Controller anklicken, R wie Richard für die Rotation klicken und dann drehen wir das Ganze mal ein bisschen ein. Als allererstes drehen wir hier mal und kippen das Ganze über X. Ja, das passt mir schon ganz gut, 38. Ich gehe mal ein Stück vor, damit wir auch was sehen von den Wellen. Und dann kippen wir das auch über Y, da kann es ruhig gut schräg sein. So in dem Bereich, also X habe ich jetzt 38, Y 40 und dann werde ich Z auch noch ein bisschen drehen. Wenn schon, denn schon. Und da drehe ich das hier mal so auf, ja, 30 in etwa. Was ich jetzt mache, ich richte mir noch die Kamera schön aus. Ich schnappe mir als allererstes hier oben das Werkzeug Dolly in Richtung Cursor. Dadurch kann ich jetzt einfach hier so ranzoomen. Und ich scrolle mal aus meiner Gesamtansicht, sodass ich sehe, wie groß ich sein muss. Dann schnappt ihr euch ab und zu auch hier dieses Untercursor-Schwenken-Werkzeug und könnt das Ganze dann hier mit gedrückter Maustaste einfach bewegen, sodass wirklich alles schön ausgefüllt ist. Und ja, so soll mir das doch schon mal gefallen. Ja, und wenn ihr das gemacht habt, dann schnappt ihr euch hier wieder euer ganz normales Auswahlwerkzeug und dann werden wir hier noch ein bisschen was optimieren, damit es noch ein bisschen cooler aussieht. Ich schließe das hier mal und dann geht ihr in eure Kamera, geht in die Kameraoptionen und sorgt dafür, dass hier bei Tiefenschärfe einsteht. Die Fokusentfernung lasst ihr so, wobei die Fokusentfernung ändert ihr mal auf 1000, sodass wir auf jeden Fall erstmal ein Stück weit rankommen. Dann ändern wir hier schon mal jetzt die Blende auf 250 und werden jetzt hier auch die Weichzeichnungsstärke schon mal ein bisschen anheben. Ich gehe jetzt hier mal auf 150. Und was ihr jetzt machen könnt, über die Fokusentfernung reinklicken und die linke Maustaste gedrückt halten. Und dann könnt ihr das Ganze hier so bewegen und dann seht ihr, geht die Schärfe in die Mitte. Und das richtet ihr euch dann einfach so ein, dass die Schärfe wirklich schön in der Mitte liegt. Und ich gehe jetzt mal ein Stück zurück, damit ich den Text ein bisschen genauer sehe. Ich gehe noch ein Stück zurück, so in den Bereich. Und dann, wie gesagt, könnt ihr euch das hier so zurechtschieben, dass die Schärfe wirklich schön in der Mitte eures Textes ist. Und dann habt ihr hier so nach außen hin diese wunderschöne Tiefenschärfe, also diese Unschärfe mehr oder minder. Ihr könnt jetzt hier noch ein paar Sachen optimieren, bevor ich es wegrendere. Wie gesagt, das dauert bei meinem Rechner länger, sonst würde ich euch jetzt schon eine Vorschau zeigen. Wobei, wir können es probieren, aber ich glaube nicht, dass er das jetzt packt. Ja doch, man kann es angucken. Ja, und das sieht doch schon mal ziemlich, ziemlich cool aus. Wie gesagt, optimieren könnt ihr das Ganze noch, indem ihr jetzt zum Beispiel nochmal hier in euren Animationscontainer geht. Nochmal hier in den Bereich Caustic, dann in die Effekteinstellungen. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch hier die, was ist es, die Skalierung hier oben einfach noch ein bisschen reduzieren. Dann könnt ihr den Text besser lesen. Also dann das Ganze noch ein bisschen kleiner machen. Ich mache das jetzt hier mal so auf 0,8 circa. Dann ist der Text noch ein kleines bisschen besser zu lesen. Wenn ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen animieren wollt, also noch ein bisschen mehr Bewegung reinbringen könnt, wäre eine Möglichkeit, das Ganze natürlich über die Kamera zu tun. Dazu geht ihr einfach hier einmal in euren Controller für die Kamera. Geht hier in den Bereich Transformieren und habt hier den Bereich Ausrichtung. Abspielknopf ganz auf den Anfang. Und dann erstmal einen ersten Keyframe setzen. Ans Ende eurer Komposition, also der Timeline. Und dann hier ein bisschen erhöhen. Und ich erhöhe mal. Das soll jetzt ein bisschen drehen, aber auch nicht zu weit. Ich lasse es jetzt hier mal bei 7, also 007, James Bond mäßig. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht. Und, ja, dann wäre ich doch schon mal ziemlich, ziemlich zufrieden. Ja, was ich natürlich cool finden würde, wäre, wenn ihr mir einen Like da lasst. Das würde mir zeigen, dass euch das Tutorial gefallen hat. Und das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, und ansonsten wäre es auch cool, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Weil dann verpasst ihr künftig nämlich überhaupt keines meiner Tutorials mehr. Macht auch die Glocke an, dann werdet ihr euch dementsprechend informiert. Und jetzt hoffe ich, ihr hattet viel Spaß, wurdet wieder neu inspiriert. Und bis zum nächsten Mal. Euer Fruko Lackers.